Was ist Nudging? Wenn wir als Führungskraft gewisse Werte in das Unternehmen einbringen wollen und möchten, dass das Unternehmen nach gewissen Werten, sagen wir mal ökologische Nachhaltigkeit, funktioniert und dort diese Werte gelebt werden. Wie machen wir das jetzt als Führungskraft? Wir haben diesen Aspekt untersucht und zwar haben wir uns angeschaut, welche Kommunikationsinstrumente werden in Unternehmen angewandt, um Werte zu vermitteln, um eine Wertekultur in Unternehmen aufzubauen. Zunächst dachten wir, naja, es sind die klassischen Kommunikationsinstrumente. Wir haben persönliche Gespräche, wir machen Flyer, wir machen Plakate, wir machen vielleicht Intranet, wir machen Film, wir machen Canva alles. Aber dann haben wir festgestellt, nein, die Unternehmen, die das umsetzen, die meisten setzen ein Instrument ein, was bislang gar nicht als offizielles Kommunikationsinstrument gilt, nämlich Nudging. Nudging ist ein englischer Begriff und übersetzt heißt es Anstupser. Wir können ja auch so sagen, welche Impulse gibt ein Unternehmen, was andere Mitarbeiter zum Beispiel zum Nachahmen anregt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Betriebskantine habe und in dieser Betriebskantine koche ich nur ausschließlich mit Lebensmitteln aus der Region, gibt es auch bekannt, nur regionale Anbieter und koche ausschließlich nur vegetarisch, weil ich selber jetzt der Meinung bin, es muss regional sein und es muss vegetarisch sein, dann gebe ich damit ja schon einen Impuls und alle Mitarbeiter, die dort essen, führe ich ja dahin, dass sie vielleicht irgendwann auch nur noch sagen, ach, regionale Nahrungsmittel schmecken lecker und vegetarisch, eigentlich ist es ja ganz lecker. Ich brauche nicht diese Schnitzel. Und das ist Nudging. Ich gebe darüber einen Anstupser. Was heißt es jetzt konkret, wenn ich jetzt eine Wertekultur in einem Unternehmen implementieren möchte, aufbauen möchte, braucht es Führungskräfte, die die Werte vorleben. Einfach nur sagen, Management, strategische Ebene, wir haben das jetzt bestimmt, wir handeln aber nicht danach, wird nicht dazu führen, dass die Mitarbeiter letztlich wirklich eine Verhaltensänderung an den Tag legen. Ich muss es vorleben und dieses Vorbild als Leuchtturm vorangehen und dieses Vorbild führt dazu, dass andere es nachahmen. Das kennen wir schon aus der Kindererziehung. Ich kann meinem Kind alles Mögliche erzählen. Du darfst kein Smartphone anschauen, du darfst nicht fernsehen. Wenn ich es selber nicht vorlebe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn mein Kind nachher mit Smartphone da sitzt und wenn es fernsieht. Also es erfordert ein Bewusstsein in der Führung, es erfordert überhaupt ein Bewusstsein im eigenen Umgang mit dem eigenen Leben und dann kann ich als Führungskraft wirklich ein Vorbild sein und vorangehen. Wir machen das in unseren Führungskräfte-Coachings. Wir führen die Mitarbeiter bzw. die Führungskräfte dahin, dass sie lernen, gutes Vorbild zu sein, sich selbst reflektieren und schauen, wo geht die große Reise mit meinem Unternehmen hin und wie muss ich mich selber aufstellen und positionieren, dass meine Mitarbeiter mir überhaupt folgen können. Und wir machen die Erfahrung, es gelingt. Wenn man es so macht, dann gelingt es. Also wenn man es so macht, dann gelingt es. Vielen Dank.